Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen für den 1. FC Nürnberg. Der Klub ist zurück in der Spur. Zuletzt gab es ein 2 zu 2 in Heidenheim. Darüber gilt es zu diskutieren in meiner Runde. Der Klub-Talk, wie immer präsentiert von unserem Partner Krönbacher. An meiner Seite Harald Kaiser vom Kicker Sportmagazin. Und natürlich auch über seinen Herzensverein hat er diverse Bücher geschrieben. Harald, beim Kicker mittlerweile bist du nicht mehr mit dabei. Aber die Feder hast du trotzdem noch fleißig in der Hand und im Griff. Was ist momentan dein aktuelles Projekt? Ja gut, der Kicker wird in diesem Jahr ja 100. Wissen viele nicht. Am 14. Juli 1920 ist der erste Kicker erschienen. Es wird dieses Jahr verschiedene Projekte geben. Und ich als einer, der vom ersten Tag an dabei war, also seit 1920. Ich werde natürlich immer wieder gefragt und habe auch einige Projekte übernommen. Und ich habe aber jetzt auch ein eigenes Buch über meine Erlebnisse, über mein Leben als Kicker-Redakteur geschrieben. Das heißt Ronaldo, Matthäus und ich. Und auch da gibt es einiges zu tun. Ich habe da mal Lesung, da mal Lesung. Inwieweit taucht in diesem Buch dein Herzensverein der 1. FC Nürnberg drin auf? Jetzt in meinem letzten aktuellen, da habe ich zwei Geschichten. Also ich habe mehrere Geschichten, die sich mit dem 1. FC Nürnberg befassen. Ich habe die Geschichte über den Thomas Helmer mit dem Phantom-Tor natürlich, weil ich mit dem ein sehr lustiges Erlebnis hatte. Ich habe große Geschichten drin. Also es sind 23 Geschichten, 22 über Personen, mit denen ich Erlebnisse hatte. Und dann habe ich eine Geschichte über den Mann, den ich sehr gerne kennengelernt hätte, aber es nicht geschafft habe. Und das war der Max Malok. Den kann man nicht mehr kennenlernen. Einen anderen, der bei uns unser CF-Experte ist, Martin Driller. Hast du mit dem auch eine schöne Geschichte? Ist da auch was drin in deinem Buch? Da habe ich in der Club Chronik, die wir das Jahr zuvor gemacht haben, war er natürlich eine der tragenden Figuren in den letzten Jahren. Also haben wir auch einiges drüber geschrieben. Aber in meinem Buch jetzt selber ist er nicht drin. Wir reden ja auch über die aktuelle Saison. Martin, zuletzt drei Spiele, davon zwei Siege und ein Unentschieden in Heidenheim. Ist der Club jetzt wieder endgültig zurück in der Spur? Na ja, zurück in der Spur glaube ich nicht. Man muss ja immer sehen, wie der Anspruch war vor der Saison. Ich glaube, das waren nötige Punkte, die eingefahren werden mussten. Ja, wir sind jetzt fünf Punkte vorm Relegationsplatz. Das heißt, wir haben noch keine Ruhe. Wir müssen weiter punkten. Ja, und so ganz abhaken sollte man die Saison noch nicht. Harald, aus dem Alltagsgeschäft beim Kicker bist du aktuell ein bisschen raus. Wie verfolgst du trotzdem noch den 1. FC Nürnberg? Es ist ja trotzdem, wenn du ins Stadion gehst, du bist ja immer mit Herz und Seele mit dabei, wenn ich dich da so sehe. Ja klar, ich bin bei jedem Heimspiel. Nach wie vor auswärts fahre ich jetzt nimmer mit. Ich sehe es wie der Martin, also es war jetzt schon so, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft hat sich ein bisschen stabilisiert. Aber wenn ich diese sieben Punkte anschaue, die drei Spiele, dann muss man sagen, in Osnabrück hat der Klub viel Glück gehabt. Gegen Sandhausen fand ich, dass Sandhausen über weite Strecken spielerisch auf jeden Fall die bessere Mannschaft war als der Klub. Und jetzt in Heidenheim, wenn ich in der ersten Minute 1-0 in Führung gehe, dann kann ich auch mal ein Spiel gewinnen, finde ich. Also ich bin schon der Meinung, dass der Klub sich stabilisiert hat, aber er ist noch ganz, ganz weit weg von dem Anspruch, den man mal hatte. Das klingt ein bisschen, dass ein bisschen Wehmut in dieser Saison in deiner Stimme schon mitschwingt. Hättest du dir anscheinend schon was anderes erwünscht? Naja, erwünscht hätte ich mir natürlich auf jeden Fall was anderes. Ich war ehrlich gesagt auch sehr optimistisch vor der Saison. Ich dachte so, wenn ich die Einkäufe mir so angeschaut habe, das könnte klappen. Jetzt aber im Nachhinein muss man sagen, dass ich es zu optimistisch gesehen habe. Ich finde, dass vor der Saison schon Fehler gemacht wurden. Also man hat ja jetzt mal ganz banal, Rechtsverteidiger hast du zwei, Sorg und Valentini zwei alte. Links hast du keinen gehabt. Im Prinzip musste ein Handwerker oder Nürnberger dann auf der linken Seite spielen. Hat man jetzt versucht zu korrigieren, indem man den Philipp Heise jetzt in der Winterpause geholt hat. Man hat auch einen neuen Innenverteidiger jetzt in der Winterpause geholt. Auch da sage ich vielleicht ein Versäumnis, das man vor der Saison hatte. Also es sind sicherlich Fehler gemacht worden vor der Saison. Und es hat sie einfach nicht so ergeben, wie man es erhofft hat. Die Mannschaft hat nicht so zusammengefunden, fand ich. Irgendwie hatte man das Gefühl, die spielen schon für sich. Natürlich spielt jeder für sich heutzutage. Aber so dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenfinden als Mannschaft, das hat mir ein bisschen gefehlt. Jetzt unter Jens Keller hast du den Eindruck, dass da jetzt eine Mannschaft zusammenfindet. Du hast ja einige Fehler aus deiner Sicht vor der Saison, die du auch selber zu optimistisch eingeschätzt hast, die jetzt in der Winterpause korrigiert worden sind. Ist der Klub jetzt aus deiner Sicht dann auf dem richtigen Weg? Ja gut, prinzipiell jetzt mal für dieses nächste Halbjahr oder diesen Rest der Rückrunde schon. Aber man muss ja sehen, dass auch dann, wenn die Rückrunde vorbei ist, dass dann wieder völlig neu alles angehen wird. Der Frey ist nur ausgeliehen ohne Kaufoption. Der Mavropanos ist nur ausgeliehen ohne Kaufoption. Der Heise ist nur ausgeliehen ohne Kaufoption. Der Hack mit der beste Mann, den der Klub hat, der ist zwar nicht ausgeliehen, den hat der Klub gekauft, aber die TSG Hoffenheim hat eine Rückkaufoption. Übrigens, was ich jedenfalls aus Hoffenheim für wesentlich weniger Geld habe, als das beim Klub oft erzählt wird. Also auch nach der Saison wieder wird es einen Neuaufbau geben müssen. Trotzdem erstmal bei dieser Saison, und da haben wir ja wochenlang, wenn wir unsere Sendungen so gemacht haben, immer wieder, sage ich mal beim Blick auf die Tabelle, schon Magenschmerzen ein bisschen mitgekriegt. Sind die Magenschmerzen jetzt aktuell weg? Es ist ja, wie du schon richtig festgestellt hast, ein Punktepolster nach unten mittlerweile da. Ja, Punktepolster ist gut, fünf Punkte. Aber man darf nicht vergessen, wie der Anspruch war vor der Saison. Und da bin ich ganz da drüben. Der Anspruch war viel, viel höher. Und wir müssen einfach, müssen sich die Leute hinterfragen, ob da vor der Saison alles so richtig war und ob die Leute, die für diesen Kader verantwortlich waren, wirklich gute Entscheidungen getroffen haben. Und da muss man vielleicht auch mal überlegen, da oben mal nachzuschauen, ob die Kaderplaner, ob der Sportvorstand, ob die wirklich die Leistung gebracht haben. Man muss ganz oben anfangen und dann nach unten sortieren. Man kann nicht sagen, wir holen einfach immer wieder neue Spieler. Ich habe jetzt heute mal reingeschaut. Wir haben im Gegensatz zur letzten Saison 18 Spiele abgegeben, 15 neue geholt. Und dann sollte man mal schauen, wie viele von diesen 15 wirklich eingeschlagen haben oder Leistung bringen, die wir verlangen. Jetzt haben wir diese Spiele gehabt. Man hat ganz klar gesehen, wir sind eine Mittelklasse-Zweitligamannschaft. Gegen HSV haben wir richtig die Hütte voll gekriegt, ohne eine Chance, obwohl wir eigentlich auf dem Level oder kurz dahinter sein wollten. Und gegen Mannschaften, die eigentlich ins Mittelfeld gehören, wie Sandhausen, Osnabrück, haben wir glücklich oder naja, so gerade eben gewonnen. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen HSV, Stuttgart, Bielefeld und dann Sandhausen, Osnabrück und Regensburg. Und das ist nicht der Anspruch vom Klub. Und da müssen wir uns hinterfragen oder zumindest die Leute, die dafür verantwortlich sind, was ist vor der Saison falsch gelaufen. Aber ist das Niveau, jetzt sage ich mal, doch nochmal ein anderes als vor dem Monat, wo wir ernsthaft mit Sorgen diskutieren mussten? Wird diese zweite Liga überhaupt gehalten? Ist das sozusagen die Liga-Zugehörigkeit auch in der nächsten Saison? Damit jetzt aktuell schon Agmar-Devisen, weil wir jetzt da ja schon wesentlich freier mittlerweile reden? Nein, wir werden, nochmal, ich habe ja auch vor Wochen gesagt, dass wir, wenn wir die normale Leistung bringen, auf jeden Fall nicht absteigen werden. Wir werden uns auch noch ein paar Plätze verbessern. Aber das war nicht der Anspruch vor der Saison. Und das dürfen wir jetzt nach sieben Punkten in drei Spielen nicht vergessen. In Nürnberg ist es immer ganz schnell, jetzt werden irgendwelche, wenn wir jetzt nochmal zweimal gewinnen, sprechen wir wieder vom Aufstieg und sehr wahrscheinlich danach vom Europapokal. Das geht mir zu schnell. Wir müssen erstmal die Fehler, die vor der Saison gemacht worden sind, analysieren und dann sagen, Moment, wir müssen es besser machen. Ja, wir haben jetzt im Winter wirklich mit zwei guten Neuzugängen in der Innenverteidigung und links wirklich gute Leute, die ich finde, die grundsolide Zweitliga-Format haben. Europan ist vielleicht sogar für mehr, ich glaube einfach, da haben wir jetzt mal eine gute Leistung gemacht. Aber vor der Saison sind viele Fehler gemacht worden. Da hat der Kader nicht gestanden. Und deswegen war auch diese chaotische Zustände, dass die Mannschaft nicht richtig eingestellt war. Jetzt spielen wir mit dem Libero vor der Abwehr, stehen viel tiefer. Geis braucht keine Zweikämpfe mehr machen. Ihm kann keiner mehr weglaufen, weil dahinter die Verteidiger stehen. Das sind alles Dinge, die man aber eigentlich auch viel zu spät erkannt hat. Und jetzt ist man so weit, dass man das macht. Man steht ganz tief, wartet auf die Fehler des Gegners und so holt man auch die Punkte, weil nach vorne haben wir eine gute Qualität. Harald, inwieweit ist bei dir so die Sorge los, dass es ähnlich vom Saisonlauf her laufen könnte, wie letztes Jahr Ingolstadt? Die Sorge hatte ich, zumal wir dann auch noch den gleichen Trainer gekriegt haben als der FC Ingolstadt letztes Jahr. Aber die Sorge ist schon weg jetzt mit diesen sieben Punkten, das muss ich schon sagen. Trotzdem ist es so, wie der Martin gesagt hat, wenn ich 18 Punkte hinter einer Mannschaft wie Arminia Bielefeld stehe, dann ist irgendwas falsch gelaufen in der Saison. Nichts gegen Arminia und die spielen eine super Saison. Aber 18 Punkte kann der 1. FC Nürnberg nicht hinter Arminia Bielefeld sein, wenn alles gut läuft. Und das ist schon mal auf jeden Fall der Beweis. Und ich sehe es genauso wie der Martin. Also vor der Saison hat man auf jeden Fall Fehleinschätzungen gehabt, sowohl was die Qualität des Kaders angeht, aber auch vielleicht die einzelnen Positionen sind einfach, was ich vorher schon gesagt habe, falsch besetzt worden. Man hat zwei Rechtsverteidiger und links hat man keinen gehabt. Und dann musste ein Valentini oder ein Handwerker dann auf die linke Seite und so. Das ist ganz klar, was eigentlich relativ einfach zu sehen war. Und das hat man aber nicht gesehen, weder beim Trainer damals, dem Canadi, noch beim Sportvorstand offenbar. Aber ist der Klub jetzt mit Jens Keller auf der Trainerposition und mit der Mannschaft so, wie sie jetzt aktuell zusammengestellt ist, auf dem Weg, wo man sagen kann, da ist eine Perspektive mit drin? Ja gut, das habe ich vorher schon gesagt. Die Perspektive für diese Saison ist die, dass man die Klasse mit Sicherheit halten wird, ohne dass man bis zum letzten Spieltag zittern muss. Also das ist in Ordnung, weil das hat ja einmal anders ausgeschaut. In der Winterpause war der Klub auf dem Relegationsplatz. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, die Perspektive kann man so jetzt nicht beurteilen, weil es eben einen Neuaufbau gibt nach der Saison, weil diverse Spieler nächstes Jahr nicht mehr da sein werden. Eine der Entdeckungen, trotzdem vielleicht auch der Rückrunde, ein Nürnberger auf der Sechs mit überrascht, dass er da mittlerweile so glänzt, auch wenn er jetzt im letzten Spiel durch Eras auf dieser Position ersetzt wurde? Ja gut, also das mit dem Glänzen, der hat zwei solide Spiele gemacht, das muss ich auch sagen. Aber glänzen ist, ich glaube, dass in dieser Mannschaft jetzt in den beiden Spielen keiner geglänzt hat. Die haben eine ansprechende Leistung und eine für mittlere Zweitliga-Verhältnisse befriedigende Leistung geboten, aber mehr nicht. Also von Glänzen würde ich jetzt eigentlich nicht reden. Wir haben immer wieder, auch wenn wir uns so privat über Fußball unterhalten haben, auch immer wieder über die Schiedsrichter diskutiert. Dieses vermeintliche 3 zu 1, ein Unding, wenn man sich mit vielen Klubfans unterhält und auch mit den Verantwortlichen, wie siehst es du als Journalist auf der einen Seite und dein Fanherz auf der anderen Seite oder sieht es da diese Szene identisch? Mein Fanherz sieht viele Dinge anders als die Schiedsrichter ganz, ganz häufig in den letzten Spielen. Auch in den ganzen Jahren habe ich schon immer alles anders gesehen als manche Schiedsrichter. So auch in dem Fall, ich glaube aber prinzipiell kann man nicht von einer Fehlentscheidung sprechen. Dieses 3 zu 1 wäre es trotzdem sozusagen dann der Dosenöffner gewesen, dass auch der dritte Sieg dann in Folge gelungen wäre. Ich gehe davon aus, dass dann Heidenheim nicht nochmal gekommen wäre, aber wie gesagt, es ist abgefiffen und hin und her. Da kann man immer drüber reden und hin und her. Ich glaube immer noch, dass sich diese Entscheidungen alle so ein bisschen aufteilen im Jahr. Und wir hatten auch schon mal Glück und haben auch mal Pech. Und ich glaube, jetzt kann man zählen, ob es einmal mehr oder einmal weniger war. Ich glaube, das mit dem war, müssen wir jetzt einfach so akzeptieren, wie es ist. Ich glaube, wenn man es mit der rosa-roten Brille sieht, findet man immer, dass der Schiedsrichter falsch liegt. Aber mein Gott, ein bisschen menschlich sollte es auch bleiben. Und dann dürfen die auch am Fernsehen Fehler machen. Dann ist es einfach so. Für mich war es ein Wahnsinn. Das sage ich ganz ehrlich, weil solche Entscheidungen, die kriegst du gefühlt immer nur gegen den 1. FC Nürnberg. Der eigene Mann behindert eher noch Markreiter beim Kupfer als irgendjemand anders. Also von daher aus meiner Sicht auch ein bisschen mit zwei geklaute Punkte. Aber der Martin korrigiert mich da immer und ich stehe da immer. Eigentlich könntest du bald mal eine Schiedsrichterausbildung machen, so wie du die immer hier in der Sendung verteidigst. Nächste Aufgabe, Darmstadt daheim ist sicherlich auch nicht das los, wo jeder gleich sagt, boah, olle olle, gegen die wollen wir jetzt unbedingt zwingend spielen. Das ist auch so eine unangenehme Mannschaft in dieser Liga. Ja, aber das ist ja, nochmal, welche Ansprüche haben wir und welche Ansprüche hat Darmstadt? Normalerweise behaupte ich jetzt einfach, müsste nach dem, was der Klub, die Vorstände und alle ausgegeben haben, ist Darmstadt Laufkundschaft. Die müssen hier mit zwei Toren Unterschied eigentlich nach Hause fahren. Und dann haben wir uns wieder abgesetzt, weil unten spielt fast alles gegeneinander. Das heißt, unten wird wieder gepunktet. Das heißt, wenn wir gegen Darmstadt nicht gewinnen, dann sind wir wieder, oh, dann sind es nur drei Punkte, zwei Punkte. Dann fangen wir wieder an zu zittern. Nochmal, unsere Ansprüche vor der Saison waren ganz anders. Jetzt müssen wir mit der Situation leben, jetzt müssen wir Darmstadt annehmen und dann ist es auch gut, wenn wir mit einem Tor Unterschied gewinnen. Dann ist mir das ganz egal. Darmstadt, Karlsruhe ist das sozusagen die Basis, die man sich jetzt erarbeiten kann, dass man das Polster nach hinten jetzt groß genug werden lassen kann. Ja, ich hoffe, dass der FC Nürnberg keinen Sieg in Karlsruhe nötig haben wird, weil mein Herz auch ein bisschen für den KSC schlägt, habe ich vier Jahre für den Kicker betreut. Aber, also wie gesagt, ich denke mal, so die Heimspiele gegen Darmstadt, gegen Aue, was jetzt da so kommt, Fürth, sind ja alles leichte Heimspiele, die wir der Klub gewinnen. Und dann kann man es immer auswärts und unentschieden erlauben. Sag mal, hast du schon ein bisschen am Anfang der Sendung ein bisschen mit angeschnitten, über den Kader und über die Perspektive der Saison rübergehend hinaus? Einige Spieler ausgeliehen. Dann bei anderen, sie hat eine festgeschriebene Ablösesumme mit drin. Wenn er weiter glänzt, wird er wohl auch nicht zu halten sein. Wo sind die Stars außenrum, die sozusagen dann das Gerüst bieten können darüber hinaus? Ist es noch ein Hanno Behrens, ist es ein Martenia, einer, der lange Vertrag hat? Ist es ein Markreiter? Oder ist es so dann die Achse, um die sich die Klubfans sozusagen eine Mannschaft der Zukunft auch wünschen können? Also klar ist eins, dass in dieser Mannschaft aus meiner Sicht wenig Spieler da sind, die man verkaufen, mit gutem Gewinn verkaufen kann. Also das ist der Einzige, wo ich jetzt sage, wo man wirklich deren Sprung gemacht hätte, wäre eben der Robin Hack, der aber eben, wie du ja selber gesagt hast, auch diese festgeschriebene Rückkaufsklausel drin hat. Ansonsten muss man sich ganz klar auf die alten, also alten, wenn ich das sage, klingt zu lustig, aber also auf die älteren Spieler stützen. Martenia hat einen Fünfjahresvertrag vor der Saison unterschrieben mit einem sehr soliden Gehalt, würde ich mal sagen. Also der muss auf jeden Fall, wird auf jeden Fall da bleiben. Hanno Behrens hoffe ich schon auch, dass er sich jetzt wieder besinnt, weil der hat ja schon auch andere Gedanken gehabt im Laufe der Vorrunde. und Mark Reiter, ja, wird natürlich auch nicht jünger, aber ich denke schon, dass das drei der Spieler sind, an denen sich die anderen dann aufbauen können. Wichtig wird halt sein, was im Sturm passiert, weil, wie gesagt, Frey ist immer noch ausgeliehen und Czellac bin ich sehr skeptisch, ob der mal das bringen wird, was man sich bei seinem Kauf erhofft hatte. Also das ist spannend und es wird aber auf jeden Fall darauf ankommen, dass der Sportvorstand vor der neuen Saison ein bisschen mehr Glück hat oder vielleicht da ein bisschen besseres Auge hat, als er das vor dieser Saison hatte. Hanno Behrens, wichtig, dass er wieder in die Spur gefunden hat und wie wichtig war es auch, dass der Trainer seine Position für ihn wieder gefunden hat, weil ich denke mal, damit kommt er wesentlich besser zurecht, da weiter vorne, als so weit hinten, wie er zum Teil in dieser Saison schon öfter gespielt hat. Ja, das hat der Herr Kölner auch nicht erkannt gehabt, aber darüber haben wir uns schon oft unterhalten. Ich finde, dass der auch den Hanno Behrens oftmals viel zu defensiv eingestellt hat, aufgestellt hat. Der ist nun mal nicht der Schnellste, da brauchen wir nicht drüber reden und insofern ist es besser, wenn der ein bisschen weiter vorne spielt. Der hat einen sehr guten Torriecher, der weiß, wie man Tor macht, selbst mit dem Hinterkopf, wie er es in Osnabrück gemacht hat. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass der Mann, der ist derjenige gewesen, der im Prinzip das Gesicht des Aufstiegs war, der hat damals 14 Tore in der Saison gemacht und hat den Klub für die Mannschaft auf- und außerhalb des Feldes geführt. Und dass der wieder bei absolut bester Laune bzw. topmotiviert in die Spiele gehen kann, das ist für den Klub sehr wichtig. Ein Kapitän, der auch selber wieder zu seiner eigenen Leistung findet, kann er dann sozusagen der Mannschaft dann auch wieder anders helfen, als wenn er schon selber die ganze Zeit suchen muss, wo bin ich gerade, wo ist gerade meine Form hin, wie finde ich gerade zu mir selbst auf dem Feld? Ich glaube, für Hanno Behrens war es ganz wichtig, dass er wieder auf die Position gekommen ist, wo er eigentlich hingehört, wo er eigentlich einen relativ kurzen Weg hat in den 16er, wo er wirklich seine Qualitäten hat. Aber wenn er natürlich selber auf der 6 spielt, weite Wege hat, selber mit seiner Position, mit seiner Leistung nicht zufrieden ist, weil er weiß, dass er läuferisch das nicht zulaufen kann bis in den gegnerischen 16er, dann hat er so viel mit sich selber zu tun, dass er auch den jungen Spielern oder den Spielern außenrum gar nicht helfen kann. Da hat er so viel mit sich selber zu tun, wobei ich aber auch sagen muss, dass ein Trainerteam so lange braucht, um das festzustellen. Ich meine, Hanno Behrens ist ja nicht seit zwei Jahren in der 2. Liga. Der ist gestandener 2. Liga-Spieler und der spielt nur erfolgreich, wenn er auf einer vorgezogenen 8 spielt. Und der hat noch nie woanders besser gespielt als auf dieser Position. Und man muss auch mal sagen, manchmal kann ein Spieler nur eine Position spielen. Und das, Hanno Behrens ist einfach eine vorgezogene 8 mit einem Torriecher. Ich weiß nicht, was die Trainer sich dabei gedacht haben. Ich meine, ich habe keinen Fußballlehrer gemacht, deswegen will ich mich da auch nicht einmischen. Die sehen vielleicht andere Dinge, aber meiner Meinung nach gehört er da vorne hin und nirgendwo anders hin. Brauchen wir nicht auf der 6 probieren, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, dass man das jetzt im letzten Dreivierteljahr auch gesehen hat. Und ich hoffe, dass der Trainer oder die nächsten Trainer, die hier irgendwann mal alle erscheinen und solange Hanno noch da ist, das nie wieder tun. Aber vielleicht hat man zu der Zeit auch einen Sechser-Mangel und dann trotzdem irgendwann zu finden, ein Nürnberger, ein Eras, der es jetzt wieder gespielt hat und auch nicht so schlecht gespielt hat, hat man die zu lange darüber hinweg geschaut? Oder denen das dann so nicht zugetraut, dass die neben Geist diese Position stabil nach hinten auch spielen können? Ja, einen Sechser-Mangel haben wir ja nicht. Wir haben ja auch acht Sechser, glaube ich, ungefähr. Wir haben viele Positionen, die nicht besetzt sind, aber die Sechser-Position ist bei uns mehrfach besetzt. Ja, wie gesagt, die Einkaufspolitik muss ich nicht verstehen. Das müssen sich die Scouts und hin und her und der Sportvorstand anschauen und der Aufsichtsrat, ob das alles so richtig war. Aber ich glaube, dadurch, dass wir wesentlich defensiver jetzt spielen, können unsere recht langsamen Sechser auch etwas nach vorne schauen. Da haben wir ja auch ein Laufproblem. Ich meine, das ist einfach offensichtlich, wie der HSV es gemacht hat, die immer nur im Rücken von unseren Sechshan gelaufen sind und wirklich teilweise ausgelacht haben beim HSV. Es war kein schönes Spiel. Ich war live dort und habe ein paar Leute auf der Tribüne getroffen. Die haben mich ganz schön ausgelacht. Einer, der zumindest über Geschwindigkeit wieder kommen kann, den wir ganz außen vor hatten, Missy-Chan. Ja, das ist eine gute Frage. Wo war der eigentlich die ganze Zeit? Ja, das ist völlig richtig. Das ist mir auch ein Rätsel. Aber wäre das einer, wo man sagt, Mensch, der bringt noch mal was mit, was so dieser Kader bisher noch nicht hat. Außenposition kann ähnlich wie ein Hack mal ins Dribbling gehen, kann mal laufen, gewinnt mal ein Eins gegen Eins. Dass der seine individuellen Qualitäten hat, das ist ganz klar. Da gilt es halt für einen Trainer, die richtige Position zu finden und den ins Spiel einzubinden. Das ist auch noch nicht optimal gelungen bisher. Aber prinzipiell ist das ein Spieler, der was hat, was die anderen nicht haben. Das sehe ich schon auch so. Wie siehst du eigentlich, du bist ja auch lange mit dabei und verfolgst ja sicherlich auch die Entwicklung von einem Sebastian Kerk. Als er gekommen ist, immer wieder hoffnungsvoll, großes Talent durch Verletzungen, immer wieder zurückgeworfen. Jetzt ist er immer wieder so mit dran, aber man hat irgendwie so den Eindruck, irgendwas fehlt. Ich nehme mir den Eindruck, dass er nach seiner Verletzung auf jeden Fall nicht mehr der ist, der er vor seiner Verletzung war. Und ob das dann noch mal reicht für einen guten Zweitliga-Durchschnitt, das ist die Frage. Also im Moment würde ich sagen, ist es kein Spieler, der dem Klub richtig weiterhilft. Aber das ist wirklich geschuldet dieser Verletzung. Vor der Verletzung fand ich das ein sehr vielversprechender Spieler. Aber nach dieser langen Verletzung ist er nie mehr der geworden. Jetzt war ich im Trainingslager ja auch mit dabei, habe viele Einheiten gesehen. Und im Training gelingt ihm so viel, wo man sagt, boah, Wahnsinn. Und dann sieht man ihn im Spiel und dann beim Ersten bleibt er hängen, dann beim Zweiten probiert er es nur noch halbherzig und beim Dritten probiert er es gar nicht mehr. Und im Training läuft er da durch, teilweise als wäre es Butter. Kann man das erklären zu Spieletypen, die Trainingsweltmeister sind? Und dann, wenn es darauf ankommt, irgendwie so eine Anführungszeichen Prüfungsangst haben? Ja klar, erstmal geht es im Spiel wesentlich aggressiver zur Sache als im Training. Da passt man ja noch ein bisschen auf, dass man sich untereinander nicht verletzt. Aber ich glaube einfach, dass es für ihn auch eine Kopfsache ist. Ich glaube, für mich ist der Eindruck auch, dass er an Geschwindigkeit verloren hat nach der Verletzung und dass das für ihn ein großes Problem ist. Und das halte ich sowieso für ein großes Problem beim Klub. Wir haben Geschwindigkeitsprobleme, nach vorne geht es, aber nach hinten haben wir da schon auch mit den älteren Spielern ein bisschen ein Problem. Und da werden wir im Sommer auch wieder darauf achten müssen, dass wir da ein bisschen umwandeln. Ich glaube, dass wir einen großen Umbruch nochmal haben werden im Sommer. Da wird es wieder mit Sicherheit zehn, zwölf neue Spieler geben. Denn ich glaube auch, dass man aus diesem Kern, den man da jetzt hat, keine Topmannschaft für nächstes Jahr für die Zweite Liga herstellen kann. Ich sehe schon, es gibt viel zu tun und für Klub-Fans bleibt es wie immer eine spannende Zeit, an diesem Verein mit dran zu bleiben. Zumindest eins habe ich von meinen Experten mit erfahren. In der Saison zumindest Abstieg sorgen sollte man sich grundsätzlich nicht mehr machen können. Was wäre denn grundsätzlich dann ein schöner Ausgang diese Saison? Ein paar Spiele gibt es ja noch zu spielen und einfach nur für die Goldene Ananas wollen wir ja auch nicht dauernd raus ins Stadion. Naja, ein schöner, schön wäre auf jeden Fall mal ein Heimsieg wieder gegen Fürth im Derby. Darüber gibt es keine Frage. Und vielleicht kann man ja mal Mannschaften wie im VfB Stuttgart nochmal ein Bein stellen und schauen, dass die dann dafür sorgen, dass die nächstes Jahr auch noch in der gleichen Liga sind wie der FC Nürnberg. Ob das den Klub dann nächstes Jahr für neue Ziele und Abbeziehungen wieder nicht gut hat? Da wäre ich schon dagegen. Ich wäre froh, wenn der HSV in Stuttgart die Liga verlassen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr nochmal angreifen wollen, wäre es für uns besser, wenn die beiden Mannschaften nicht mehr da sind. Denn die haben schon mal ein absolutes Top-Niveau hier in der Liga und da können wir einfach auch finanziell nicht mithalten. Aber ich glaube, was wir in dieser Saison noch machen können, ist auch so ein bisschen die Fans wieder ein bisschen auf die Seite der Mannschaft ziehen, die ein bisschen glücklich machen, ein paar Spiele auch mit ordentlichem Fußball, mit kämpferischem Fußball, einfach Spiele zu gewinnen und einfach die Fans wieder ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, die haben jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre richtig gelitten und jetzt sollte man denen mal wieder ein bisschen Freude machen. Man sollte jetzt sehen, dass man Spiel für Spiel ein paar Punkte einsammelt. Wie gesagt, jetzt kommt Darmstadt, Karlsruhe, da müssen wir uns einfach so weit entfernen. Und wenn alles gut läuft, kriegen wir einen einstelligen Tabellenplatz. Vielleicht wird es sogar noch acht, sieben, wer weiß. Wenn alles gut läuft und da muss man wieder hinkommen, dass die Fans wieder kommen, dass das Stadion voll wird, dass sie auch wieder glücklich nach Hause gehen. Ich glaube, da müssen wir jetzt hinkommen, dass die Mannschaft jetzt die Fans wieder mitnimmt und nicht immer die Fans die Mannschaft tragen müssen. Und ich glaube, da können wir einige Fans auch wieder zurückholen. Und ich glaube, das ist im Moment die Aufgabe der Mannschaft und das sollte das Ziel sein. Klingt nach einem schönen Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Und dann gibt es ja vielleicht in Zukunft mit der Klubstraßenbahn zu den Klubheimspielen, den Klubsieg dann auch noch genießen können. Irgendwie so, also wir haben schon Fantasie, wir haben den Verein im Herzen und wünschen natürlich jetzt schöne Spiele, vor allem daheim gegen Darmstadt und dann in Karlsruhe. Und dann hoffen wir mal, dass der Saisonverlauf besser wird als bisher. Das war es für heute. Danke. Und in diesem Sinne denke ich mal, ein kleines Schlückchen haben wir uns verdient. Vielen Dank.